Die Errettung durch den Glauben an Christus ist ewig und absolut unverlierbar. Und in diesem Video möchte ich einige wesentliche Gründe dafür nennen, warum das Heil Gottes unverlierbar ist. Also bleibt dran. Zunächst, die Errettung ist das Werk Gottes und nicht das Werk des Menschen. Der Mensch wird gerettet, er ist passiv, denn die Ursächlichkeit liegt in Gott und nicht im Mensch. Damit einhergeht, dass die Errettung aus Gnade geschieht mittels des Glaubens. Es ist ein bedingungsloses Geschenk durch Gnade und kann nicht verdient werden durch Ethik und Moral. Und die Errettung kann auch nicht erhalten werden durch Ethik und Moral. Denn sie geschieht aus Gnade. Die Errettung ist auch ein Kindesverhältnis des Menschen zu Gott, dem Vater, durch Geburt, durch eine geistliche Neugeburt. Und ein Kindesverhältnis kann durch nichts aufgelöst werden, denn es geschieht durch Geburt und eine Geburt ist immer irreversibel, unwiderruflich. Die Errettung ist auch eine juristische, eine rechtsbindende Beziehung zu Gott, die durch nichts aufgelöst werden kann. Es ist die Rechtfertigung aus Glauben. Das ist eine juristische Beziehung. Und diese hat Rechtskraft. Sie geschieht auf Grundlage der Gerechtigkeit Gottes, durch Glauben gerechtfertigt. Die Errettung ist auch eine Versiegelung des Menschen durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Gott versiegelt den Mensch in Ewigkeit, indem der Heilige Geist im Gläubigen Wohnung nimmt. Und diese Versiegelung ist ein Echtheitszertifikat Gottes und erhebt auch den Eigentumsanspruch Gottes auf diesen Mensch. Und dieses Siegel hat Rechtskraft in Ewigkeit. Die Errettung geschieht durch das Opfer Jesu Christi. Der Gläubige ist reingewaschen im Blut Christi. Die Errettung geschieht auch durch Bewahrung Gott, der Vater und Gottes. Gott, der Sohn, bewahrt den Gläubigen auf dem Weg durch diese Welt, bis er bei Gott ankommt. Und auch die Fürsprache Christus garantiert, dass die Errettung vollendet wird in Ewigkeit. Sein Eintreten bei Gott als Fürsprecher ist eine Garantie für die ewige Errettung. Zu dieser Errettung gehört auch das Erbe, das die Gläubigen im Empfang nehmen werden. Ein geistliches Erbe und Gott gibt ein Pfand für dieses Erbe, den Heiligen Geist, als Garantie, dass der Gläubige, die Gläubigen das Erbe antreten werden. Und die Errettung ist auch ein Bestandteil eines ewigen Heilsplanes, den Gott vor der Schöpfung gefasst hat. Das heißt also auch, die Rettung gemäß seines Heilsplanes ist unantastbar von Sünde. Das sind einige wesentliche Gründe, warum die Errettung absolut unverlierbar ist und auch ewig ist. Die Bibel meint mit ewig wirklich ewig unendlich. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen, die Frage der Errettung besser zu verstehen und auch zu verstehen, dass die Errettung absolut ewig unverlierbar ist. Falls du aber noch weitere Fragen und Anmerkungen hast, dann schreibe diese gerne in die Kommentare. Wenn du weitere hilfreiche Videos sehen willst, dann abonniere doch am besten gleich den Kanal und schaue dir nun dieses hilfreiche Video an.